Was ist das für ein 5-Sterne-Hotel? Und ich war in Deutschland eigentlich erst zu einer Untersuchung im Dezember und da hieß es, es war alles in Ordnung und bei der Besprechung, siehe da, stellte sich heraus durch diese tolle Gerede, dass ich doch einen Sprung in der Brücke hatte, was ja meine Probleme klar deutlich machten und dass ich innerhalb einer Woche, also heute ist der, ich war am Sonntag angereist, heute ist Freitag, Abschlussuntersuchung, Wahnsinn. So etwas habe ich noch nie erlebt, also vielen, vielen Dank für diese tolle Betreuung. Farbe stimmt, alles stimmt. Ja, ich werde Sie viel weiter empfehlen. Ich bin rundum begeistert. Dankeschön. Man ist keine Nummer, sondern man wird hier mit Namen angesprochen. Man kriegt einfach das Gefühl, entspannt zu sein.